Hi Leute, wir sind zurück in Riders of Figaro's. Im letzten Part haben wir hier schon ein paar Mobs verhauen, und zwar diese mit dem dicken Baumstamm unter dem Arm. Haben hier ein paar Leichen geweiht, ein paar Barrikaden zerstört und ein paar Ballisten ebenfalls. Und wir müssen jetzt noch Leuchtfeuer anzünden, diese Wüstenfreiwilligen hier noch ein paar erledigen. Sowie noch ein paar Kämpfe und noch ein paar Elitejäger erledigen und natürlich dann das Ganze so schnell es geht fürs Level up. Hinter uns bringen. Na komm, nicht weglaufen. Okay. Was war hier noch auf der zweiten Seite? Achso, genau, den Häuptchen besiegen. Oh my god. Was ist das? Ich habe vier Stück von denen. Ich habe vier Stück von denen. Okay, einer noch und dann müssen wir schauen, wo wir das andere Zeug finden. Okay, dann gucken wir mal. Also das ist dann der Chef, genau. Also kommen wir hin. Okay. 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 Was ist denn das? Haben wir jetzt zweimal dasselbe Quest-Item bekommen oder? Finde Loni, den Greifer, der erhalte war in dem Depression. Lol. Das war immer dasselbe Quest-Item gefunden. Noch nicht schlecht. Wo soll der jetzt sein? Okay. 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 Dann muss man einfach nur zum letzten Camp zurückführen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass man zweimal so ein Quest-Item bekommt. So, dann für die Main-Story das töten. Shadier das. Nein. Und Feuer entzünden war das. So, dann für die Main-Story. Das wäre auch wieder zu schön gewesen. So, dann für die Main-Story. So, dann für die Main-Story. So, dann, gib doch das. So, dann, ja. So, dann, ja. Ja, warum schießt sie denn jetzt da? Natürlich, kommt so ein paar blöde Geier an und wird totgepickt, Alter. Gibt's hier gar nicht. So. So. Ja, ja. Kommt er. Kommt er nicht. Ey, das kann nicht sein hier Komm, schieß doch drauf Danke Könnt ruhig unten am Boden bleiben, ey Ah, erledigt So, noch ein Feuer Und dann müssen wir die ganzen Typen hier besiegen So, noch ein Feuer Ach, ich vergesse erst mal drauf zu schießen, zu zielen Haha, nicht nur weg resistent Habt ihr Pech What the heck Ach, die sind schon wieder eine Stufe über mir Das geht mir auch auf den Keks, Alter Wegen dieser einen Stufe, dass dann Attacken nicht treffen Neh, neh Çok, but Ach, das geht mir auch auf den Keks Ach, das geht mir auch auf den Keks Die Keks Die Keks Die Keks Die Keks Okay, dann so. Vielleicht geht's so ein bisschen schneller. Okay, dann so. Okay, dann so. Okay, dann so. Okay, wie viel brauchen wir dann jetzt noch? Davon drei und davon vier. Okay. 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 Das war's für heute. Perfekt. Was war das jetzt da? Genau. Jetzt hier die Nebenquests abgeben. Oh. Bekommen wir noch das Level Up? Elf. Elf. Elf Millionen. Das ist eine Überraschung. Das ist der wichtigste Punkt. Schön, dich zu treffen. Ja, wird nix. Schade. Okay. Das hatten wir schon geklärt. Das ist Mist. Ich hoffe, das gibt den Knights noch etwas. Peace. Wollen wir noch 4... Ne, noch 5 Millionen. Äh... Keine den Quests mehr? Okay. Wiederholbare Quests sind... Die wüstenfreibigen Schützner töten. Die Keulen holen. Den Häuptling erledigen. Und die Ballisten zerstören. Was ist das unten? Ne. So. Die haben echt die ganzen Greifen getötet. Monster. Ja, Monster. Pack nicht rum, sammeln die gleiche ein. Alter, da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Okay. So. 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 Okay. So. 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 Ich will doch hier nur ein bisschen was sammeln. Okay, wieder zurück. Aber wir haben hier keinen Platz. Alle Böden und keine Böden. Alle Legionen, die für diese Vergnügen bezahlen werden. Die Möden ist ihre einzige Redemption. Jetzt haben wir an dem Quiz, okay. Heilige Schrift. Noch was? Nein. Okay, da wieder hin und... Haben wir nicht schon mal einen, wie sich der mit dem... Der mit dem gleichen Namen... Wie, wo hier am Anfang? So, wo bist du natürlich da hinten? Okay, ne paar andere Dame, die jetzt... Das sind... ... die wir so erledigen sollen für die Schrift. Schrift. Mein König... ... die hier. Steig mal ab. Ich nehme an, man muss hier was machen, oder? Ich bin jetzt wieder blöd. Hä? Okay, dann halt nicht spielen. Okay, dann halt nicht spielen. Hä? Hä? Okay, ich gucke mir an, was hier los ist, warum hier nichts ist. Und dann... ... sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute! ... ... ... ... ... ...